Ey, yo, tatütata, der Daniel ist die Schwieze schon wieder da. Es ist sage und schreibe 5.08 Uhr oder so, Alter. Und jetzt müssen wir Schnee schaufeln, ey, Chef. Bisschen besoffen oder was? Aber wir müssen es halt tun. Okay, Daniel raucht dem Schnee, aber nicht den Kolumbischen leider gerade. Tschüssi.